Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Portal 2. Wir starten mal hier das Spiel wieder und befinden uns wieder im Ladebildschirm. Und, naja, beim letzten Mal... Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Keine Ahnung. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich musste nämlich jetzt heute die zwei Folgen aufnehmen, oder ich will sie aufnehmen, da ich sie für heute brauche. Heute ist Montag. Hallo? Heute ist Montag. Heute habe ich noch viel, viel andere Sachen zu tun als das hier. Darum mache ich das heute früh, weil ich keine Zeit mehr habe. Hallo? Ja, okay, das war ziemlich unnötig, wie immer meine Sätze. Kommen, Ladebildschirm. Ich will endlich weiterkommen, bitte. Dankeschön. Keep out. Don't not... äh, achso, ne, äh, do not enter, aber don't enter. Ich glaube, das geht auch, oder? Ja, das müsste auch gehen. Naja. Wir spielen wieder Portal und sind im 8... ne, 29... Ich glaube, 29. Part und sollten langsam mal zum Ende kommen. Also, ganz ehrlich, manche anderen schaffen das in 16 Parts und wir brauchen... Ja, über 30. So, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Genau hier bei dem Drecksding, wo ich nicht weiß, wo ich weiter kann, muss, weiter gehen, muss, kann, will, brauch. Naja, was sollte man tun? Hm. Wir müssen darüber, auf jeden Fall. Aber wie kommen wir da rüber? Wie? Easy. Nein, das ist nicht easy. Das ist schwierig. Was ist, wenn ich da drauf springe? Bringt gar nichts. Okay. Okay, verstanden. So, wir springen nochmal hier durch und dann fliegen wir hier hoch. Klasse. Bringt uns genau genommen gar nichts. Gar nichts. Aber wie, um Himmels Willen, sollen wir dann da hochkommen? Wie, wie, wie? Das ist hier die Frage. Wie? Keine Ahnung. Hallo? Geht's noch? Was ist das für ein beschissenes Level? Alter, wie soll ich da hochkommen? Hurra, hurra. Mein Gott. Nerv mich Level. Nerv mich. Hm, 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 hm. Ich hab keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Aber das hab ich ja sehr oft. Uh, was ist das? Hä? Huai. Klasse, das hat's übel gebracht. Also das ist übel der Pro. Wofür sind das? Huai. 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 Na jetzt mal ernsthaft, wofür ist das? Ich mach mal das blaue Portal rein. Huai. 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 Werde ich immer höher oder bilde ich mir das bloß ein? Ich glaube, ich bilde es mir bloß ein. Ja, ich bilde es mir bloß ein. Und wir wollen raus. Raus, raus. Halt, ich will raus. Dankeschön. Hm. Aber das ist immer noch die Frage, wie um Himmels Willen kommen wir da hoch? Genau da hoch. Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Huai. 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 Okay. 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 Hm. Wartet mal. I have got an idea. Also ich hab ne Idee, wie wir immer höher kommen könnten. Aber, ich weiß jetzt nicht ganz. Oh. Decke. Oh, ich muss nicht… Und… B.: Bum. Und hier. Und… Schwupp. Und… Schwupp. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Nein, hat nicht funktioniert. Nein. Nein, 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 nein. Hm. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm, keine Ahnung, kein blassen Schimmer, kein blassen, okay. Da ich keinen blassen Schimmer hab, denke ich, sehen wir uns gleich wieder mit einer Lösung. Tschüss! Hallo zurück und wir sind immer noch in derselben Folge. Und ganz ehrlich, ich bin immer so knapp, wirklich so knapp davor, das Richtige zu machen, weil es war wirklich richtig, was wir da mit dem Portal gemacht haben. Aber, ich hab mir jetzt kurz eine Folge von Peets mit angeschaut und da drüben ist was Weißes. Hei, 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 da ist was Weißes. Na, na, na. Ja, geschafft. Das war ja zu einfach und dafür sitze ich hier eineinhalb Folgen fest oder was? Oh mein Gott. Naja, gut, jetzt haben wir es wenigstens geschafft. Öffne dich, Tür. Oh, du bist offen, okay. So, hier, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir haben das weiße Gel, wir haben hier das blaue Gel und wir haben einen Ausgang? Fragezeichen? Wir haben einen Ausgang. Ne, das ist kein Ausgang. Wir müssen da oben hin, würde ich mal behaupten. Ja, und wie kommen wir da oben hin? Hm. Hm. Lasset uns versuchen. Etwas. Nein, das ist nicht ganz richtig, vermutlich mal. Nein. Hm. Nein. Hm. Hm. Auf keinen Fall. Machen wir jetzt mal hier. Döp, 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 döp. Lasset es regnen. 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 Ja, okay. Ne, ist auch nicht ganz wirklich richtig. Ähm, dann machen wir hier mal ein rotes Portal. Und hier, das, hier ist das blaue. Okay. Äh, kann ich jetzt hier auch ein Portal? Ne, eher schlecht oder was? Okay. Hm. Hä, jetzt haben wir hier rote, blaue, weiße, was weiß ich, was für Kugeln. Mein Gott. Ist das schrecklich. Ne, aber eigentlich wollte ich hier jetzt irgendwo nur weiß haben. Ah, hier, jetzt geht's. Cool. Cool. Döp, 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 döp. Hm, ich muss irgendeine Wand treffen, würde ich mal sagen. Kann man hier auch noch? Ah, hier kann man auch. Okay. Oh, guck mal. Guck mal da. Da ist es weiß. Ich hab's doch gesehen. Let it weiß. Let it be weiß. Okay, ne, das bringt nicht wirklich viel. Außer hier, äh, Unverständlichkeit. Denn hier ist rot. Hier ist rot. Böses rot. Böses rot. Naja, lass ich hier mal ein bisschen Weißes regnen. Hm, was ist, wenn ich jetzt hier hochspringe? Okay, ich komm nicht wirklich hoch. Hm. Was ist da drüben? Da drüben könnten wir auch mal versuchen, blau hinzumachen. Aber ich weiß nicht ganz, wie wir das dann... Ja doch, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay. Als erstes müssen wir hier das blaue Portal hinmachen. Und machen bei unseren weißen Freunden... Oh, das ist schon das rote. Sehr schön. Gut. Dann haben wir da mal komplett weiß. Gut. Dann lassen wir hier das blaue. Machen hier mal ein blaues Portal hin. Ui. Okay. So geht's natürlich auch, dass wir überall weiß hinmachen. Oh, guck mal. Jetzt ist da oben weiß. Cool. Hä? Können wir da drüben? Ne, können wir nicht. Okay. Gut. Und jetzt will ich versuchen, ob wir hier ein rotes Portal hinmachen können. Und ich will durchspringen. Oh, nein. Nicht so. Nein. Doch nicht so. Nein. So wollte ich's gar nicht. Machen wir hier nochmal das rote Portal. Sondern ich will erst hochspringen und dann das rote Portal. Hui. Nein, das funktioniert nicht. Okay. 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 Dann hab ich ne andere Idee. Ja. Eine sehr gute sogar. Machen wir hier mal. Und hier mal. So. Jetzt sollte nämlich der Weg hier rot werden. Aber das blau hier, das nervt. Hm. Naja. Egal. Kann man nix dran ändern. Darum machen wir jetzt da oben das blaue Portal hin. Und machen wir uns dann nochmal das weiße hier. Äh. Rot. 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 Ist nicht weiß. Nein. Hui. Geschafft. Ne, aber wir können uns da das rote hinmachen. Dann funktioniert das mit dem blau. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Hoppla. So. Und. Hier. Run im oooon. Hui. Hui. Äh. Oh. Ja. Klasse. Wir sind fast wieder aus dem Level raus. Juhu. Hey. Da ist blau. Cool. Okay. Das war jetzt gerade ziemlich komisch. Ziemlich komisch. Würde ich mal behaupten. Ja. Perfekt. Daneben gesprungen. Perfekt. Genau das wollten wir sehen. Genau das. Perfekt. Und jetzt nochmal rennen. Sprengen. Fliegen. Und anhalten. So. Denn ich muss wissen, wo es jetzt weiter geht. Aha. Jetzt sind wir da. Und wie kommen wir da hoch? Ähm. Wahrscheinlich müsste hier auch blau hin oder so. Weil da vorne haben wir schon blau. Und wenn da auch nochmal blau wäre, dann könnten wir eventuell hochfliegen. Man kann es versuchen. Versuchen kostet nix. Kostet nix. Versuchen. Versuchen ist billig. Und noch viel mehr. So billig. Okay. Es macht gerade die Decke. Nein. Das ist nicht gut. Eigentlich soll es hier. Hm. Ähm. Ja. Wie zur Hölle bekommen wir das hin, dass das da hingeht? Ich versuche mal was. Äh. Blau. So. Jetzt flieg. Blau. Okay. 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 Funktioniert nicht so wirklich, oder? Ui. Nö. Nö. Nicht wirklich. Naja. Hm. Jetzt landet... Ah ja. Jetzt landet alles da unten, oder was? Okay. Kann ich da durchschießen? Ah. Ich kann wirklich da durchschießen. Okay. Blau. Und wo haben wir bitteschön rot? Ach Gott. Rot ist da drüben. Nein. Das soll da her. Fliegt, Weiße. Fliegt. Okay. Das bringt uns nicht wirklich viel. Nö. Nicht wirklich. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein. Aus. Bös. Ich will doch dort rot. Rot. So, Dankeschön. Hm. Hm, wie zur Hölle machen wir das? Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Hm, keine Ahnung. Wenn wir hier oben weiß haben... Ah, Idee. Oh, ein Gedankenblitz, würde ich mal behaupten. So, hier. Und sehr schön. Und jetzt machen wir das rote Portal. Nein, jetzt machen wir hier das blaue und machen das rote beim... So, kurze Unterbrechung. Und bin wieder da. Jetzt könnten hier ein paar störende Außengeräusche sein. Hab nämlich mein Fenster aufgemacht. Ein paar sehr laute, störende Geräusche. Etwas sehr laut. Wir sehen uns gleich wieder. So, mit vielen Unterbrechungen bin ich jetzt auch wieder zurück. Und ich würde mal sagen, machen wir weiter. Jetzt haben wir auch die lauten Geräusche nicht mehr. Ich hoffe mal, dass man sie überhaupt nicht gehört hat. Das wäre noch besser. So, wir machen hier mal ein rotes Portal. Ach, das geht nicht. Okay. Hier. Hier geht's. Ach so, ja, ist weiß, natürlich, klar. So, jetzt wird das hier blau. Das ist ja schön und gut. Und jetzt müssen wir wieder rennen. Wirklich rennen. Ja, rennen wie der Spatz. Nein, wir müssen echt rennen. Und versuchen, dass das hoffentlich funktioniert. Hui. Boink. Hui. Boink. Hui. Tada. Jetzt sind wir irgendwo und zwar im Nirgendwo. Hä? Was soll ich denn hier? Oh. Ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Was ist jetzt hier mein Plan oder meine Begehren? Wo muss ich hin? Ich muss da hoch, oder? Oder muss ich nicht da hoch? Doch, natürlich. Ich muss da hoch. Ganz klar. Ganz klar. G-g-g-g-g-g Ganz klar G-g-g-g-g-g-g Ganz klar G-g-g-g-g-g-g Ganz klar Nein, aber jetzt mal ernsthaft Was soll ich jetzt hier mit dem weißen Scheiß Ja, wenn die Wand hier weiß wäre, dann wäre es gut Aber die Wand wird nicht weiß Ich stelle mich einfach mal dazwischen Ja, ich werde weiß Ich werde weiß Hohe, ich werde weiß Ich bin weise Weise Weiche zurück, ihr denn ich bin weise. Okay. Der Witz war ziemlich schlecht. Nein, jetzt aber mal ernsthaft, was hier irgendwie irgendwas irgendwo irgendwann irgendwie irgendwo irgendwann irgendetwas. Was ist das jetzt? Ach cool, da kann man ein Portal hin machen. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ui. Jetzt sind wir hier. Und jetzt? Guck mal, ein Kaut. Mäh, 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 mäh. Okay, Knopf drücken. Nee, geht auch nicht. Okay. Ach guck mal, jetzt sind wir hier oben oder was? Toll. Juhu. Wir haben es bisher hoch geschafft. Und hier ist auch irgendwas. Ach guck mal. Oh. Hoppla. Oh. Ähm. Äh. Äh. Ähm. Okay. Wir sind uns der nächsten Folge. Tschüss.